Traditionelle Werte stehen hoch im Kurs. Ein Zuhause für sich und seine Familie zu schaffen und sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen, ist seit Generationen ein Wunsch vieler Menschen. Wir denken vom Rohstoff über das Produkt und der Dienstleistung bis zum fertigen Gebäude. Unser Rohstoff ist Heilerde. Vitalziegel haben eine nachgewiesene positive Wirkung auf den Menschen und deren Wohlbefinden. Der partnerschaftliche und vertrauensvolle Umgang miteinander mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten haben das Unternehmen geprägt und zu dem gemacht, wer wir heute sind und wofür wir stehen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, das weiterzudenken und mit modernen, werthaltigen Lösungen gemeinsam mit unseren Partnern am Bau die Zukunft weiter zu gestalten. Erfolg sehen wir nicht als Selbstverständlichkeit. Es ist das Ergebnis aus Erfahrung, Engagement und ehrlicher Freude an der Arbeit. Das Komplettangebot in den Bereichen Ziegel und Beton eröffnet uns Möglichkeiten und stärkt unsere Position am Markt. Jeder in unserem Team ist ein Profi und kompetenter Partner für unsere langjährigen Kunden. Modernem Bauen sind keine Grenzen gesetzt. Es sind unsere Baustoffe und technische Lösungen, die ein Zuhause schaffen, Geborgenheit bringen und über Generationen hin bestehen. Wir sind Leitl. Unkompliziert mit Handschlagqualität.